Hallo Lehrer Mike! Du bist schon wieder zu spät! Es ist schon die zweite Stunde und du kommst jetzt erst? Die Zeit, zu der ich komme, geht dich nichts an. Lehrer Mike, ich werde nicht noch einmal zu spät kommen. Diana, das sagst du jedes Mal, okay? Und jetzt setz dich bitte hin! Lehrer Mike, ich werde nicht mehr zu ihrem Unterricht kommen. Ich werde diese Schule verlassen. Was? Was? Diana, hör auf, so lächerliche Dinge zu sagen, okay? Lehrer Mike, das ist nicht lächerlich. Ich gehe auf eine andere Schule. Ich will hier nicht mehr lernen. Vielen Dank an euch alle. Warte, Diana, wo gehst du hin? Lehrer Mike, sie hat gesagt, dass sie auf eine andere Schule geht. Ja, endlich ist der Tag gekommen. Diana verlässt unsere Schule. Das ist so cool. Ich werde diese Umkleidekabine vermissen. Blondie, du solltest gut lernen, okay? Und hör nicht auf, ein Cheerleader zu sein. Du machst das wirklich gut. Diana, wenn du die Schule verlässt, werde ich mit dir gehen. Ich werde hier nicht bleiben. Diese Frösche werden mich umbringen. Blondie, ich muss wegen Smile gehen. Ich will nicht auf dieselbe Schule gehen wie er. Es tut mir weh, ihn jeden Tag zu sehen. Aber du solltest nicht meinetwegen gehen. Du solltest hier weiter lernen. Das ist eine gute Schule. Nein, Diana, wenn du gehst, werde ich mit dir gehen. Du bist meine beste Freundin. Los geht's, Blondie. Los geht's. Blondie, ich gehe jetzt. Ich werde auch gehen. Blondie, ich verlasse die Schule. Ich verlasse auch die Schule. Okay, los geht's. Wo ist Diana? Ich hab schon überall nach ihr gesucht. Wo ist Blondie? Wo ist Blondie? Können wir hier durch? Oh, Diana, der Lehrer hat nach dir gesucht. Sie sind wieder zusammen. Sag dem Lehrer, dass ich gegangen bin. Blondie, der Anzug. Tschüss, Frösche. Leute, lasst uns eine Party feiern. Diana ist weg. Was soll das heißen, Diana ist weg? Sie hat diese Schule verlassen. Für immer. Und Blondie tat das auch, zusammen mit ihr und meinem Anzug. Also, wer kommt mit zur Party? Wir alle. Leute, habt ihr Diana gesehen? Ja. Deine Diana ist weg. Sie hat die Schule verlassen. Und Blondie ist auch weg. Leute, ich werde eine Party veranstalten, um die Tatsache zu feiern, dass Diana gegangen ist. Alle sind eingeladen. Smile, es ist zu spät. Nein, es ist nicht. Lass uns hier hinterher gehen. Warum brauchst du Diana so dringend?